Hi Leute und guten Abend liebe Pyro-Begeisterte. Heute für euch im Test, wie ihr schon sehen könnt, die Jorges Thunder King, eine 25 Schussbatterie im Kaliber 20 mm. Hierbei handelt es sich um eine reine Salud-Batterie, also nur auf Knall- und Lautstärke ausgelegt. Vom Design her wieder schön altmodisch, nicht allzu bunt, aber halt trotzdem sehr hübsch und hat mir an Silvester wieder gut gefallen. Von der Lautstärke her könnte sie ein bisschen lauter sein, aber ich war dennoch sehr zufrieden damit. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe den Video. Untertitelung des ZDF, 2020